Ich bin der Achim Giandetti. Ich bin hier bei der ZLF Winterprobung in Schweden, Arje Block. Wir testen hier unser Getriebe Draxon auf die extremen Bedingungen hier in Schweden. Das heißt extrem niedrige Temperaturen. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise bis zu minus 35 Grad. Was ich speziell mache, ist das Testen von Softwarefunktionen, die zu Hause schon abgestimmt wurden und die eben auch bei extrem niedrigen Temperaturen, wie wir sie hier haben, ebenfalls funktionieren müssen. Wenn man ein Problem entdeckt im Fahrzeug, da funktioniert etwas noch nicht so, wie es funktionieren soll. Man überlegt sich, wie man die Situation verbessern kann, setzt die Änderung um und es ist dann einfach im Endeffekt ein tolles Gefühl, wenn man im Fahrzeug sitzt und sagt, es funktioniert so, wie es gedacht war.